Das, äh, muss ich gleich mal ein bisschen, ein bisschen Eisen sammeln und Schlosser bauen oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre doch eine ganz gute Idee, wahrscheinlich. Meine Güte. 40 Baumstämme. Aber tatsächlich habe ich auch nur noch, habe ich auch die ganze Zeit 20 Bretter mit drei Sägewerken hier, die ganze Zeit laufen. Stagniert also auch sehr. Äh, ja. Du, soll ich mal einen Hafen bauen? Bauen doch mal einen Hafen. Ja, ich baue mal einen Hafen. Buddy, join your channel. Da ist so ein User. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Ja. Na? Na, wie geht es euch? Wir spielen Siedler 2 im Stream. Im Stream? Bleibt ihr weiter am Stream? Ja. 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 Gold gefunden. Gohle gefunden, ganz viel Gohle Dann mal schauen Oh, Jay hat sogar zwei Viewer Ja, das bin ich Boah, Jay, rasier dich mal, ey Ja, da hast du aber recht, das muss ich mal Du könntest deine Zuschauer verdoppeln Wenn ich mal rasieren soll Ich kann mich ja im Stream rasieren Mach das Ich hab letztens auch im Streaming geguckt Da hat sich einer den Bart pink gefärbt Okay Den Bart pink? War auch mal eine Idee Also ich hab im Streaming gesehen Da hat einer sich die Haare pink Und den Bart blond gefärbt Warum? Eigentlich, weil Die da eine Charity-Aktion gemacht haben Und bei einem bestimmten Wert hat er dann das gemacht Gold gefunden Ich will doch gar kein Gold haben gerade Ich will Eisen haben Hat der für sowieso auch ne Facecam? Ne, ich hab keine Facecam Hast du ne Fußcam? Der hat nicht mal ein Face Ich hab kein Face Wie soll ich denn ein Facecam haben, wenn ich kein Face habe? Zeig mal deine Füße im Stream, Sascha Ja, guck mal, Sascha hat nur einen Viewer, ja? Jay hat zwei, weil Jay hat ne Cam an Ah, genau Feedcam, das wär auch mal was Hast du wenigstens Follower-Alert? Ich habe kein Follower-Alert, aber ich habe Ich kann hören, wenn jemand schreibt Weil du nur einen Monitor hast und das hören musst Ja, genau Also ganz ehrlich, auch ohne Gegner finde ich das hier gerade wirklich fucking stressig Okay Weil du nicht klarkommst, oder was? Ne, ich hab halt einfach wirklich die ganze Zeit was zu tun Interessant Ja, ich auch, aber das war auch im letzten Spiel so Ja, aber diesmal komme ich quasi, also schon kaum hinterher Es ist halt einfach fucking viel Baust du Bahnsteuer und Fahne, äh, ja Ist das da? Äh, wurde besetzt Baust du Bahnsteuer oder Wachstuben? Äh, teils, teils Ja, ich auch Ich meine, wenn du mehr Wachstuben baust, dann brauchst du halt Ähm, dann braucht das halt länger und damit du Wenn du, ne, es dauert ein bisschen länger Bis es fertig wird Das heißt, theoretisch hast du da dann mehr Zeit Terroristisch gesehen Ich hab euch jetzt ein Follow hinterlassen Aber es kommt einfach keine Nachricht Es kommt einfach kein Sound bei euch, wenn euch jemand followt Ja Hm, ja, keine Ahnung Das ist voll schlimm, bei mir kommt wenigstens I will follow you 660er, die besten Nein, die müssen dann Rickroll kommen So, äh, mal ein Eisenbergwerk und Kohlwerkwerk verbinden, würde ich mal sagen Äh, boah Müsst ihr jetzt eigentlich mal Streamer machen, warten bis die Leute bei mir sind, dann koste ich J von 30 Leute Ja, ja, kannst du machen So, oh nice Äh, Eisenschmelze Okay, jetzt muss ich erstmal Warn, aus, nee Gar nicht Das Volk verlangt eine Rasur Hm, ich folge aber nicht dem Volk Das ist eine Diktatur Da gibt's ja auch keine Demokratie hier Du hast kein Volk, du hast nur Siedler Stimmt Mach besser Das ist echt Eine Fresse, ey So, Meltero Boyle besetzt Juhu Äh Ah, blablabla Ah, Eisen Hier ist Eisen Klar, was wunderbar Ach, das ist lecker bürchen trinkst bier im stream wobei naja paul ein paul einer weiß bier zitrone naturtrüb also sowas ähnliches bier mit zeug bier mit zeug keine rohstoffe gefunden holzfeldhütte yes die wird auch abgerissen wohl später was anderes haben keine rohstoffe gefunden holzfeldhütte sehr gut läuft so oder schließe ich hier auch noch mal ein kohle und koldbergwerk an kohle und koldberg koldberg koldbergwerk meine fresse habe ich gerade gesagt es hat sich zumindest ein bisschen so angehört ok wurde ja sogar fast so passen ein koldbergwerk so schön aber funzt bauernhof verrichtet wachstube also ich spüre auch stress aber ich glaube das kommt vor allem dadurch weil einfach überall bäume sind also ok das ist halt weil er hat das 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 gebiet ist halt nicht so richtig normal miteinander verbunden sondern immer so um die bäume herum und dann stimmt es wächst irgendwie nicht so natürlich ja ich habe 75 bäume also baumstämme und nur drei holz keine rohstoffe von jagdhaus das ist schade ja die halten ja ich baue mal ein lagerhaus aber da hinten könnte jetzt auch mal eine forsthütte anschließen dann kommt hier auch noch mal bauernhof und da kommt dann schweinezucht und der fleischer muss sie jetzt zum beispiel auch erst mal ein paar schachter weg machen damit ich ich baue einfach da oben barack hier hinten könnte natürlich auch machen ich hoffe da ist genug platz mal sehen mal sehen Ahem. Oh, nächster Holzfilter, bitte weg mit dir. Jetzt habe ich aber 40 Bretter. Ja, vorne im Warnstau. Ah, gut. Ja, vorne im Warnstau.